Drei, zwei, eins, meins! Risiko! Wie hat man schon mit Risiko? Risiko! Mach weiter, mach einfach weiter! Okay. Gut, Mutti. Jetzt läuft der wieder weg. Warum machst du das denn? Ey, weißt du, wegen dir verzögert sich die Aufnahme. Scheiße, ist mir heiß. Zieh dich aus, ey. Also, ich beende die Aufnahme jetzt nicht mehr. Also, warte, warte. Ich habe das Sonder durch zwei P's. Weil... Eins. Konnichi, wir sind da draußen. Heute zu einem neuen Projekt, und zwar Minecraft Day. Zusammen mit Julia Trin, Onkel Poppy, Schnigge, Chirul... Mit einem Chirurgen, jawohl. Ja, ich habe schon ein bisschen bei dem Tee... Heute zu Minecraft Pop die Kuh. Genau. Und ja, zu unserem kleinen, ja, Minecraft-Projekt... Achso, warte, 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 warte. Du hast ja uns aufgehört. Ich muss noch was sagen. Hallo. Was machst du denn? Hallo? Ja, genau. Hallo. 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 Ja, zu einem kleinen Minecraft-Kreativ-Projekt nennen wir es jetzt mal, oder? Ja. Chillbär-Baum, Langzeit-Gedön... Husch. 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 Husch die Kuh. Husch. Was? Das war so dein Fabel für die Kuh, ne? Was war Minecraft immer schon so nah reingezoomt? Holy... Die arme Kuh. Ja, irgendwie schon. Ist man nicht mehr gewohnt, wenn man mal ein Jahr oder so nicht mehr spielt. Dachte ich... Ja, wir werden jetzt hier die nächsten Folgen, Wochen, Monate, Jahre hier eine Stadt bauen. Zumindest versuchen wir es. Irgendwie. Ja, so gut es geht. Wir haben auch versucht, so viele wie mögliche kreative Bots mit reinzunehmen, was wir auch dekorativ uns ein bisschen auslassen können. Und Minecraft kann auch rund bei uns in den Bots. Ja, und damit es nicht zu langweilig wird, müssen wir die Stadt nur hier auf dieser Plattform bauen. Cool. Dieser macht mein Haus. Wird sicherlich funktionieren. Ne, hier ist das Baumpunkt, den wollte ich markiert haben, schlicht oder greifend. Ich würde mal sagen, wir legen da mal los, oder? Mama, ist die Frage, wo wir hingehen. Warum müssen wir eine Minimap viereckig? Keine Ahnung. Gut. Weil du sie auf eckig gestellt hast. Und warum habe ich eckig in meinem Inventar? Weil du Hunger hattest. Genau. Licht oder greifend. Wir haben auch alle am Anfang ein MES-System. Oh mein Gott. Kugel in die Bäume. Schön. Ach, das stimmt. Die Mod war ja hier drin. Ja, genau. Oh Gott. Die fand ich lustig. Die wollte ich mit drin haben. Genau. Also pass auf. Um das nochmal kurz zu vervollständigen. Wir haben uns ein paar Mods zusammengesucht. Haben uns sie zusammengestellt. Wer die mitspielen möchte, diese Mod, ist auch im Twitch-Launcher, in der Twitch-App zu funden und zu finden. Zu funden, ja. Unter Day. Einfach nur nach Day suchen. Bei Minecraft Day hat Kurs nicht eingenommen. Wahrscheinlich gab es das schon irgendwo. Keine Ahnung. Es heißt einfach nur Day. Nach Day suchen. Ich glaube, wir verlinken das, glaube ich, auch noch in der Videobeschreibung unten drin. Ja, können wir sicherlich machen. Der Bob Koffer kann das natürlich auch mitmachen. Der kann mit uns zusammenspielen. Es wird nach und nach, es sind erstmal nur so ein paar Ausgewählte drin, es wird mit Sicherheit nach und nach Mod-Erweiterung geben. Das heißt, es gibt immer mal wieder irgendwelche Updates, die damit zukommen. Es ist halt nur nicht, dass er heute oder morgen kommt, sondern bei Bedarf. Also es wird dann irgendwelche Erweiterungen mal irgendwann irgendwie geben, weil wir werden mit Sicherheit dann irgendwann an einem Punkt ankommen, wo wir die Mods durchgeeiert haben und dann ist die Frage, was machen wir jetzt? Und dann wird es halt erweitert. Also das ist keine Frage. Die Frage ist, wollen wir am Anfang erklären, was es mit den Folgen-Nummern auf sich hat? Wir wollten das ja, glaube ich, anders benennen, oder? Das kommt natürlich auch noch mit dazu und da gebe ich wieder unserem Sprachführer das Wort. Ja. Gerne, danke. Nicht unbedingt so leicht zu erklären. Eigentlich schon. Doch, eigentlich schon. Eigentlich schon. Damit der Zuschauer ein bisschen zurechtkommt, weil wir haben ja doch mehrere Sichten, die hier vorhanden sind, haben wir uns überlegt, dass wir einfach sagen, hey, wir nehmen den Tag, an dem man aufnimmt. Also heute zum Beispiel ist Tag 1, das seht ihr in der Folge normalerweise. Genau, Zeitpunkt der Aufnahme ist auch der erste Achte, muss man dazu sagen. Also wir fangen wirklich monatsfrisch an. Dementsprechend ist heute Tag 1. Genau. Und so dementsprechend wird der Server-Tag immer genannt, damit man weiß, ja, oh, das ist der und der Stand ungefähr. Dass ihr ein bisschen mehr Überblick habt. Wir dürfen ein paar Tage im Voraus aufnehmen und schießen mich tot. Aber so im Grunde, wenn ihr lest Tag 1 oder Tag 47, da sieht es überall bei jedem ähnlich aus. Nicht gleich, sondern ähnlich. Wenn man halt mal durch die Stadt läuft, dass man dann auch eben die anderen nicht spoilert zum Beispiel oder was weiß ich, keine Ahnung, also dass man halt so den relativ identischen Stand hat. Genau. Auch wenn mal einer jetzt mal so eine Woche nicht, keine Folge bringt, sondern erst in der nächsten Woche wieder was bringt, weil er auf dem Klo eingeschlafen ist oder was, keine Ahnung, und kam halt nicht dazu, solche Sachen halt. Genau. Nicht, dass ihr verwirrt seid, warum man Tag 1 bringt und dann auf einmal Tag 3 bringt und jeder fragt, wo ist diese Folge geblieben dazwischen. Ihr habt es dann nicht. Genau. Ja, natürlich, eine normale Folgennummerierung darf jeder auch noch mit einfolgen mit Nummer 1, 2 und 3, das ist ja egal. Hauptsache, die Tage sind mit drin, wie gesagt, dass ihr als Zuschauer wisst, wie wann die Folge halt entstanden ist, damit ihr mehr Übersicht habt, wie es aussehen muss oder wie es aussieht. Ich komme gerade irgendwie nicht auf den Punkt, es tut mir leid. Kein Problem. Ich habe gerade ein bisschen geschaut, wie man die Minimap umstellt, aber ich habe nichts gefunden, da muss ich mal nochmal nachgucken, nachher im Internet oder so. Die Minimap um... Oh, gezaubert? Hier hat einer gezaubert. Ihr habt ihr halt so hässlich-eckig jetzt. Ja, ist blöd. Äh, müsste eine Zusatzoption irgendwo sein oder eine Taste. Ja, es muss eine Taste sein, weil vor kurzem war sie noch rund. So, die war noch rund. Weg, weg. Gehst du weg? Wer geht weg? Verfolgt die TQ schon wieder? Nee. Ja, so ähnlich. Ähm, jetzt ist die Frage, bleiben wir hier irgendwo? Gehen wir woanders hin oder bläh? Ja, das ist die Frage, genau. Wir machen das mit den Bauorten, wer geht wohin, ja. Ja, ich würde sagen, wir... Trennen wir uns oder trennen wir uns nicht? Wir können uns gerne ein Stück trennen, ich würde aber nicht sagen, allzu weit. Ähm, es soll ja auch eine Stadt werden irgendwo, ne? Ja, genau. Nicht Dorfleben. Ja, genau. Es soll irgendwo früher oder später eine Stadt werden. Ein bisschen Zusammenhalt auf jeden Fall, aber wir müssen jetzt nicht aufeinander hocken. Dann lass uns doch irgendwo hier bleiben. In Freigestadt wollen wir direkt bei der Wüste bleiben, oder? Ja, hier haben wir ein Wüstenbiom, da hinten haben wir Bäume ohne Ende. Also hier in der Gegend ist es eigentlich schon schön, vor allem weil es schönen Abend Spawnpunkt ist. Genau. Gut, den kann man zwar umsetzen, aber wer will das schon? Shortcut. Wer finde ich es mit Shortcut? Keepindings, Journeymap for Minecraft. Ich gucke jetzt mal ganz eben fix. Zum Out, zum Eid, Open, Fullscreen, Map. Ach, was man vielleicht nochmal erzählen sollte, bevor sich die Leute wundern. Wir haben alle entschieden, wir haben keine Lust auf große Kistensysteme. Dementsprechend haben wir uns gesagt, okay, weil es am Anfang so viel Zeit rausnimmt, haben wir ein ME-System von Anfang an. Deswegen hat man hier im Grund schon diese Sachen. Was aber nicht heißt, dass wir auch die Archivements davon schon haben. Das heißt, wir haben nur ein ME-System mit einer 64K-Storage-Cell, also die größtmögliche, die es gibt. Nee, ich glaube, es ist noch eine größere. Oder gibt es noch eine 128? Ich muss mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, was wir reingeladen haben. Mod-Aufzählung und so weiter mache ich wahrscheinlich nochmal nachträglich in die Beschreibung mit rein. Auf der Twitch-App, dass man das nochmal sieht, welche Mods da drin sind. Ansonsten einfach auf der Twitch-App. Das Mod-Fake-Suchen, da ist eigentlich alles drin. Aber doch, die 64K ist die größte. Ich dachte, ich hätte noch eine größere mit drin gehabt. Ich meine, das wären die Erweiterungen gewesen. Und die Erweiterungen haben wir nicht rein von Applied Energy Stacks. Das könnte sein, aber da kann man später auch nochmal drüber nachdenken, ob wir die mit reinnehmen. Was wir auch nicht haben, ist tatsächlich... Tide. Genau. Kühe. Doch, haben wir hier. Alles klar. Nein. Sascha mal, die Smeltery haben wir nicht mit drin. Also, falls irgendwie einer sagt, mach doch hier so eine Level-Waffe oder sowas. Nein, haben wir nicht mit drin. Entweder noch nicht oder vielleicht auch gar nicht. Mal gucken. Ja, werden wir alles so nach und nach rausfinden, um was brauchen, um was nicht brauchen. Ist auch das erste Mod-Paket, was ich zusammengeklöppelt habe, muss man ja auch sagen. Ich habe eine Birne gefunden. Wo ist denn die denn hier? Oh, Baum. Ich habe zum Beispiel auch Kohlrabi. Oh, äh. Kohlrabi? Das ist Pam's Harvestcraft. Oh, ich habe die Rieße. Und warum wäre das Klo blau? Ich werde mich hier mal räumlich niederlassen, wenn es okay ist. Also, was haben wir jetzt platzmäßig gesagt? Einfach irgendwo hin und wo man bauen will, baut mal oder was? Ja, genau. So in der Nähe und alles. Ich weiß gar nicht, was ich bauen soll. Du bist so ein ganzes Ding gegangen. Ich sehe dich nicht mehr auf der Karte. Ich sehe Schnee, ich sehe Juli und ich sehe Popi, aber ich sehe keinen MG. Ich sehe dich auch nicht. Der ist Richtung Westen gegangen. Genau. Also, ich werde mich hier in den Häusen niederlassen. Da, wo Shiro schon am Kloppen war eben. Also, ich finde den Fluss schön anschlaulich. Anschlaulich? Anschlaulich? Ja, schlaulich. Ja, ich habe das Sprechen schon wieder verlernt. Ich habe einen Berg gefunden. Ich gehe mich einbuddeln. Ja, da gehe ich einbuddeln. Mich nervt das jetzt mit der Minimap an, dann ist die viereckig. Ich weiß es nicht. Was drückst du auch wieder rum? Ich habe nicht rumgedrückt. Ich mache mal jetzt, weil vielleicht geht dann. Ne, unwahrscheinlich. Oder zum Meer. Ist das Meer oder ist das ein See? Was meinst du denn? Das ist, glaube ich, ein Meer. Meer, Meer, See. Oh ja, ich gehe zum Meer, See. Da kann man Meer sehen. Yay. Oh ja, hier gehe ich hin. Ich gehe zum Wasser. Da ist ein blauer Blümpchen. Blauer Blümpchen? Blauer Blümpchen ist toll. Was ist das da? Oh, was ist das? Ist das ein Durian oder so? Wow, ich habe eine Birne gefunden. Bin da auf, Mann. So eine halbe Ewigkeit her, wo ich das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Oh ja. Bei mir ist das eine Ewigkeit her. Bei mir ein paar Wochen, Monate. Jahre. Ne, nicht ganz, tatsächlich. Ich habe mich irgendwann mal an so einem Parcours versucht. Oh ja. Vor einem Jahr? Ganz rein ohne Blümpchen. Hast du einen Schluck auf, oder was war das eben? Meinst du Spirale, Schnecke? Hä? Ich hatte eine Spirale. Ach so. Diese wunderschöne Map. Puh. Ich muss echt mal gucken, ob von Dropper was Neues rausgekommen ist in der ganzen Zeit, wo ich kein Minecraft mehr gespielt habe. Ich habe die Dropper-Maps geliebt und gehasst gleichzeitig. Dann läuft es, ja. Wenn man das im E-System jetzt aufstellt, mit welchem Werkzeug kann man das denn später wieder abbauen? Eine Wrench. Ach, das heißt, ich kann die jetzt nicht einfach hinstellen, weil wenn die steht, steht die? Du brauchst, ich glaube, Minimum eine Eisenachse. Okay. Brauchst du Minimum, glaube ich. Deswegen habe ich sie noch nicht abgebaut. Du kannst auch eine Wunden-Range machen mit zwei Holzblöcken und zwei Stöcken. Wollte ich gerade sagen. Irgendeine Wrench musst du auf jeden Fall machen. Ach so, du kannst, äh, ist alles mit drin. Wir haben vorgedacht, so mehr oder weniger. Jetzt backt meine Map halt total. Jetzt zeigt die halt noch nicht mal anständig was an. Wirklich? Was hast du jetzt angestellt? Ja, nix. Wobei meine Map auch, oh, kaputt. Meine Map auch nur irgendwas Dunkles zeigt. Ja. Wo rennt es? Wo rennt es? Sagen wir das rum? In Overworld? Ich glaube, ich sollte für das bessere Verständnis sich auf Englisch stellen. Ich habe sie nicht mal auf Deutsch umgestellt. Oh Gott, ich hasse diese Baum-Mod jetzt schon. Ich kümmer mich. Ey, da hast du so einen großen Baum und der... Oh, nee. Der kugelt halt. Ja, super, ich finde, klasse. Klasse. Es ist ein bisschen realistischer. Ja. Naja, ich darf ihn nicht beschweren, ich habe mein MMI-System bekommen. Es ist ja auf meinem Lust gewachsen. Aha, Frau wieder. Danke. Bitte. Spare ich mir 80 Milliarden Kisten? Yeah. Es ist halt irgendwie wirklich so, wenn ich an Minecraft denke und neu anfange, muss ich halt immer daran denken, da stellst du diese eine obligatorische Kiste hin. Diese Scheiß-Dreck-Kiste, wo dann alles reinkommt. Da fliegt alles rein und die bleibt auch bis zum Schluss des Projekts irgendwie dort stehen. Und das Schlimme ist, die eine Scheiß-Kiste reicht dann am Ende nicht mehr aus. Genau. Und dann machst du dann da zwei Kisten draus. Und dann machst du drei Kisten draus. Also Doppelkisten, ich rede jetzt von Doppelkisten. Und am Ende sind es irgendwie erst mal 20 Doppelkisten, bis du das MMI-System kriegen kannst. Und dann hast du irgendwann mal so, dass du irgendwas suchst und gehst dann fünf Folgen farmen. Nur damit dir dann ein Zuschauer in die Kommentare schreibt. Aber in der einen Kiste, da oben rechts und dann zwei nach links und zwei nach unten, da war das doch drin. Hast du das nicht gesehen, du Doofmann? Ja. War doch klar offensichtlich. Ich fühle das so. Das kennt jeder, der mal irgendwie Minecraft gemacht hat über längere Zeit. Es ist wirklich so. Und das Lustige ist, wenn du aufnimmst und das bespielst, dann hast du da eine ganz andere Betrachtung, einen ganz anderen Blick für, als die Leute, die einfach nur zu Hause zurückgelehnt sitzen und zuschauen. Oh ja. Das ist tatsächlich so. Oder was auch cool ist, die Zuschauer, wenn du durch eine Höhle gelaufen bist, so, du hast Minute 6, 43 ein Dia übersehen. Dann hat das mit allen Kisten genauer gekannt. Aber wohlgemerkt, du bist da am Rumlaufen und weißt eh schon nicht, bis du wieder zurückkommst. Und ja, komm da wieder hin. Ja. Machen wir alles. Da ist ein Dia. Nimm den Quacken Dia mit. Erkst du dir sowas nicht? So, irgendwer kann mir jetzt mal erklären, wie dieses MB-System aufgebaut wird. Das hab ich dir schon mal erklärt. Du kannst auch bei mir vorbeikommen und kannst dir angucken, kannst dir einen Screenshot machen und kannst dir aufbauen. Und so wie ich Hobbykenne, hast du ja auch schon aufgestellt. Nee, in der Tat nicht. In der Tat buddle ich erst noch und mache mir eine schöne Platform. Platform? Platform. Ich weiß ja gar nicht, was ich baue. Ihr müsst aber dran denken, dass euer MB-System nur tagsüber funktioniert und nicht nachts. Nee, nee. Die Solarzelle ist groß genug, dass die auch nachts durchspeist. Ja? Das hab ich extra ausprobiert. Ja, es sollte schon Tageslicht sein, ja. Ja, momentan musst du den Mond noch mit Tageslicht arbeiten. Du kannst aber später Stromleitungen verlegen, damit du die Solarzelle draußen hinparken kannst. Ja, musst du deinen Generator natürlich bauen, musst du ja zusehen, dass du entsprechend Strom generierst. Wahrscheinlich am sinnvollsten halt auch noch ein Stromreservoir machst sozusagen. Reservoir? Energy Cells. Das ist eine Solarzelle Stufe 3. Hatte ich schon gesehen. Ja, ein bisschen Spaß. Chicken! 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 Ich will jetzt nicht sagen, was ich gerade jetzt verstanden habe. Ja. Ich hab's dasselbe verstanden, aber ich kann aus Erfahrung sprechen. Nein, das hat sie nicht gesagt. Wow. 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 Wenn du das wirklich sagen würdest, würdest du, dass sie anders klingen. Wir sind auch jungfrei, ne? Ist ja nicht so... Ah. Wir hat einer Magenprobleme. Irgendwer hat hier Magenprobleme. Wo bist du denn? Was hängt denn hier an dem Bäumen? Ah, meine Kuh. Was hängt denn hier vom Baum? Wo bist du denn? Ach, da unten seid ihr. Ihr Alten. Ich dachte, um ehrlich zu sein, ich hab dir eine Kuh umgebracht. So, wie mach ich denn das jetzt, damit man weiß, dass ich hier baue? Ich mach einfach jetzt erstmal einen Zaun oder so oder was? Bau halt ein Schild hin. Wir sind ja auch schon so viele. Ich meine, äh... Ich sag nicht so, dass ich jetzt nie meinen eigenen Baupplatz habe. Ich geh jetzt straight dann, wie du wirst, um das anzubauen. Nicht? Wir können aber auch gut abzäunen. In Gottes Namen. Das kriegen wir hin. Ich kenn ja die ganzen Crafting-Rezeptischen Nummer. Oh mein Gott. Kannst du nur... Genau. So, damit ich in meiner ersten Folge auch noch was zeige, außer dass ich buddele, baue ich natürlich in meiner ersten Folge erstmal ein ME-System provisorisch auf. Warte, warte, ich komm gucken. Wo bist du? Das heißt, ich klatsche mir jetzt erst mal ein. Scheiße, mach das so auf mich. Nö. Warum? Bitte. Danke. Auf was denn war... Achso, wegen dem ME-System oder wie? Ich wollte es doch erklären. Nigga, du warst doch bei mir in der Nähe. Wo ist er denn? Hallo! Ich muss doch einfach nur erklären. Also pass auf, ich setze den ME-Controller hin. Auf dem ME-Controller knall ich das Solarpinel. Jo. Dann hat er Strom der ME-Controller. Jo. Daneben setze ich das ME-Drive neben den ME-Controller, damit das ME-Drive Strom vom Controller bekommt. Genau. In das Drive setze ich meine Storage-Cell. Das heißt, ich klicke das Drive mit der rechten Maustaste an, öffne das Menü, schiebe die Weicherkarte oder das Kette da rein und dann leuchtet die grün. Das heißt, die hat Strom. Dann klemme ich mein ME-Glas-Kabel an den ME-Controller an und daran knall ich das ME-Crafting-Terminal. Dann habe ich ein... Tada! Sie müssen den Nippel durch die Lasche ziehen. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Und dann kann ich meinen ganzen Scheiß da reinlegen und habe wieder ein leeres Inventar. Ich werde verfolgt. Von was? Wenn du in die Richtung läufst, ne? Ja. Sei vorsichtig, da ist eine Höhle, da kann man einfach reinlaufen. Da ist einfach ein Riesenloch. Cool. Dann gehst du runter. Ist immer schön, in Löcher zu laufen. So, was mache ich denn hier? Ich renne hier gerade, um die Fallschläge. Ich mache jetzt einfach erstmal eine hässliche Pude. Ist das eine Schnitte? So. Hummige Dinge, Solarzelle drauf. Da links neben, Storage, ne? So, weil das nicht verstehe ich, was wir haben. Oder rechts oder wie auch immer. Oder rechts oder wie auch immer. Völlig egal, genau. Dann das Kabel. Genau, du haben. Und dann da an das Panel. Wenn ich mich verbau, habe ich ein Problem, weil dann brauche ich erst eine Axt, oder wie? Geil. Nee, eine Ranch. Von dem ME-System, ja. Du kannst, ich habe festgestellt, du kannst auch mit der Stone-Pigax abbauen. Okay. Ohne, dass irgendwas kaputt geht. Wenn irgendwas kaputt geht, in Gottes Namen, ihr kriegt die Bauteile wieder. Genau, ihr müsst nur farmen. Oder lieb, bitte, bitte, bitte sagen. Lieb? Okay, da kann ich es vergessen. Okay. So weit schon ist. Boah, wisst ihr, was wir noch für eine Mod drauf gebraucht hätten? Warte. Jetzt kommt. Ich schubs das automatisch nach, wenn ich den Stack aufgebraucht habe, Mod. Inventory-Tweaks. Ah, Inventory-Tweaks. Ja, genau, das. Ja, können wir nachrüsten. Ist kein Thema. Ich kenne auch die ganzen Mods nicht mehr. Wuhu. Ist denn hier für ein komisches Bild? Müssen wir dann da was machen oder updatet sich das von alleine? Das updatet sich nicht von alleine. Ihr müsst das Update dann in eurer Twitch-App, sobald verfügbar, dann eben aktualisieren lassen. Ah, dann kriegen wir wahrscheinlich so eine Chat-Meldung, so ein neues Update, bla bla bla, und dann geht man und macht das. Mal so eine komische Frage. Wieso liegt hier Obsidian auf offener Erde? Nebenrum Kies und Stein. Weil da Lava war? Nein. Es sieht nicht nach Lava aus, nicht mal ansatzweise. Da hätte Lava schon regnen müssen. Keine Ahnung. Ah ja, seltsam. Jetzt regnen müssen. Ah, das wird so hart. Shiro, du bist da, wo du jetzt gerade bist? Das ist deine Base? Ja. Bist also mal eine direkte Nachbarin? Oh, das heißt, das ist Onkel Poffi, dann kommt ich und dann kommt Jule. Wir sind fast in der Linie. Julchen ist rechts von dir? Ja. Ah, läuft. Dann lauf ich mal. Mal zu mir bitte, ich krieg das hier nicht hin. Wo bist du denn? Am Spawn. Wo ist denn der Spawn? Schnickel. Komm Richtung Westen, komm zu mir. Ich weiß auch gar nicht, wo du gestartet bist. Ah, deswegen ging das nicht. Versuch mal zu dir zu kommen. Ich hab mich gerade gewundert, warum ich aus Holz so wenig Sachen craften kann. Wie es mir eingefallen ist, weil wenn ich eine Workbench aufstelle und in der Workbench die Dinger verteile, kann ich mehr bauen. Das finde ich gut. Viel zu lange, ich habe meinen Craft gespielt. Ich krieg das hin. Warte. Ich helf dir mal kurz. Admin, bist du da oder was? Dann kann ich mir irgendwelche sparen. Ich helf dir mal kurz. So. Was man hier drauf platzieren kann, muss man mit dem Umschalter drücken. So geht's. Ich schalte es. Wie lange wollen wir denn jetzt? Und da die Diskette reinschieben unten. Wieso? Das ist keine Diskette, was du in der Hand hast. Guck mal, was ich in der Hand habe. Guck mal. Ich habe das und das habe ich noch. Mehr habe ich nicht mehr. Ja, aber du brauchst die Diskette. Das erste. Wieso sind hier Spinnbeben am Bauen? Ich habe keine Diskette. Äh, darunter können Kettinnen sein, wenn es die Version ist. Das habe ich und das habe ich. Ach, du hast das Ding zerlegt. Du musst das zusammencraften, das Ding wieder. Was auch noch? Ja, du hast es zerlegt. Haben wir die Mod mit drauf? Wir haben noch keine Extremmobs hier drauf. Nee, normal nicht, oder? Wenn wir in den Bäumen klingen, so nach diesen Spuren. Oh, warte mal. Jetzt wird es ja dann Nacht und dann kommen ja Viecher und ach du Scheiße. Es wird nicht Nacht. Ja. So, haben wir gemacht. Lass es doch Nacht werden. Nee, jetzt erst mal nicht. Das können wir dann irgendwann, wenn wir mal so ein bisschen erweitert sind. So, die zweite Folge oder so können wir machen. Aber, ich würde mal sagen, wir sind schon sehr gut drüber. Ich wollte gerade fragen. Ach, Quatsch. Das ist gut, ich habe ein ME-System gebaut. Also, wir sind jetzt bei 25 Minuten. Ich meine, jeder hat ein ME-System mittlerweile. Das ist doch ein guter Ende. Nee, ich will es eh noch nicht aufbauen. Ich will es erst aufbauen, wenn ich so halbwegs das habe. Alles gut. Kann man jetzt abbauen? Ja. Tschüss. Mach doch. Lass dich nicht aufhalten, oder? Lass dich aufhalten. Ja, wir hoffen euch, heute hat die erste Folge gefallen. Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben. Nicht nur mir, auch den anderen, die dabei waren. Und der Cue ist, wenn es euch nicht gefallen hat, gebt auch einen Daumen nach oben. Genau. Wäre auch cool. Könnt ihr auch zu den anderen wechseln. Unten in der Videobeschreibung sind alle verlinkt. Ich habe im Tee. Bin ich kein Alkohol, Leute. Hier sind noch ein paar Videos für euch. Wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.